Ja gut, jetzt haben wir so eine Art Schredderer. Der den Bereich um die Tür herum freihält. Are you fucking kidding me? Okay, was soll das jetzt? Ich soll da runter hüpfen. Aber da bin ich dir ungefähr sicher. Was? Kegall? Kilogallon? Alter, gehst du mir oft. Verdammt! Was steht da? Intake. Outtake. Hahaha, eine Gearbox, lol. Äh... Ähm, 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 ähm... Jetzt steigt es nicht weiter, oder was? Als das. Ja, wo komme ich jetzt her? War das jetzt nur für den Endgegner da? Nein, das geht nicht mehr. Friss die Äpfel. Ich gucke mal, ob das so kaputt geht. Geht das so kaputt? Können wir es besiegen? Das ist jetzt in der nächsten Folge. Nein, Spaß. Jetzt darf ich in dieser Schlaf keinen Fall schneiden. Ja, das glaube ich schon vorher in dieser Wille da gehackt kann das sein. Nein, nein, nein. Oh, come on. Oh, come on. Das ist ein ziemlich, äh, ja, ein schon fast interessantes Easter Egg, dass man die zwei so zusammenführen muss. Um, äh, ja. Was, 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 was? Boah, ey. Du mieses Vieh. Oh, falsche, falsche Knarre erwischt. Okay. Stopp. Spiel laden. Wann habe ich das letzte mal gespeichert? Wo ist, was, warte, 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 das kann nicht sein. Okay, jetzt weiß ich wenigstens, wie viel ich nachholen muss. Das ist jetzt eigentlich nicht so viel. Vieh, stirb richtig, bitte. So, da brauche ich nicht warten. So, da brauche ich nicht. So, da brauche ich nicht. Äh... Nein. Hä, muss ich hier lang? Ah ja, klar. Ich muss hier lang. Beides speichern. Dankeschön. Das Vieh macht mir so Angst. Ein bisschen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Das ist ja noch so einer. Was ist denn los? Klingt für mich wie als ob der Algar ruft oder so. Haha, ich bin hier trotzdem drauf gekommen, ihr Entwickler. Äh, ja, warte. Ah, ich muss da hoch. Ich speichere an dieser Stelle. Oh, 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 oh. Oh, shit. Shit, 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 shit. Ich muss da wieder hoch. Nein. Shit. Ah, Mann. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nein, nein, nein. Spiel hier. Genau. Oh. Das war falsch. Lass mich in Ruhe, Mann. Wow. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich konnte es nicht mal aktivieren jetzt. I'm right. Ja. Hä, was muss ich denn machen? Hier war ich scheinbar noch nicht. Interessant. Interessant. Olga. Olga. So, Ventilator läuft. Ich speichere jetzt auch nochmal. Ich habe nämlich keinen Bock. Weil ich weiß ganz genau, ich werde eh gleich irgendwo sterben. Und dann nehme ich mir lieber die zwei Sekunden hier Zeit und speichere es dazwischen ab. Olga. Olga. Da sucht seine Olga, glaube ich. Olga. Na ja, hör auf. Nein. verdammt hüpft doch man steuerung macht keinen so einen mist oh das ist Ich hab das noch aktiviert gehabt. Ja gut. Ich hab das noch aktiviert gehabt. Ja gut. Holger! Ich suche Holger! Holger! Das Holger-Monster! Oh! Bleibt er nicht hängen! Oh! Fast! So, ich speichere jetzt gleich da oben nochmal ab, weil ich hab kein... Dann kotzt es mich an. Nein! Warte, das nehme ich da mit. Oh! Wie geht das bitte? Wie kann er da runterfallen? Komischer... Oh! Ich hasse dieses... Hier hochkommen. Was war das jetzt bitte? Wie bist du durch das Gitter gefallen? Und das Security versperrt den Weg. Super! So! Und machen wir hier neu. Einen Speicherpunkt. Wir haben es ja fast. Wir haben es ja fast. Ich muss mich mal richtig hier stricken, bevor ich weiterspielen kann. Also... Das finde ich auch... Ist mal ein... Interessanter Endgegner irgendwie. Alter, richtiger Greifvogel hier. Kommt er jetzt? Oh, chill doch, regt die nicht auf. Oh, chill doch, regt die nicht auf. Oh, die... Scheiß... Oh, die scheiß... Aaaaah! Ich bleib da einfach an dieser Scheiß... Äh... Dings hängen. Was ist hier eigentlich? Das ist das. Nein, 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 nein! Ich lade lieber, ich hab da keinen Bock drauf. Bis ich ja wieder hochgekommen bin und dies und jenes und was weiß ich nicht alles. Das sieht ja für mich an einer guten, äh, ganz passablen Strategie aus. Verdammt. Fast passablen Strategie? Vielleicht so? Gleich haben wir es gleich, gleich, gleich. Noch ein paar blöde Dumpversuche und dann haben wir es. So. Bitte sei aktiviert, bitte sei aktiviert! Yes, es ist aktiviert! Warte, ich speichere nochmal zur Sicherheit ab. Wenigstens auf einem. Oh mein Gott! Ich glaube, wir müssen aber selbst abhauen. Ja. Ganz unbedingt. Oder? Oh. Oh. Oder nicht. Oh. Was war lieber zur Sicherheit hier auch nochmal speichern? äh, wie so Foxtrot Uniform da fehlt da noch, äh, Charlie und wie wird das ich weiß immer, wie das in diesem Militäralphabet äh abgekürzt wird, das weiß ich nicht mehr, äh, Foxtrot Uniform, Charlie hey, da ist dieses Licht oh shit ich sehe es nicht, ne Abgoge das ist das woa okay okay